Im bayerischen Bad Aibling leitete der Bundesnachrichtendienst bislang auch Daten aus Internetüberwachungen an den US-Geheimdienst NSA weiter. Anfang dieser Woche wurde diese Zusammenarbeit jedoch eingeschränkt. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss Konstantin von Notz bezeichnete diesen Schritt als drastisch. Das Gremium vernimmt heute BND-Mitarbeiter und will sich auch über die Arbeit in Bad Aibling unterrichten lassen. Die Abhörstation in Bad Aibling. Seit Anfang der Woche fängt der BND hier auf Weisung des Bundeskanzleramts keine Internetverkehre mehr im Auftrag der NSA ab. Jeder Suchauftrag müsse ab jetzt von den Amerikanern begründet werden. Das aber lehnt die NSA ab. Ich interpretiere das als absolute Notbremse aus dem Bundeskanzleramt. Man hat das System nicht unter Kontrolle. Das fällt einem sehr, sehr spät auf. Opposition und SPD fordern weiterhin Einsicht in Suchlisten, die der BND in der Vergangenheit für die NSA abgearbeitet hat. In geheimer Sitzung werden zu diesem Komplex am Vormittag gleich mehrere zuständige BND-Mitarbeiter vernommen. Ich erwarte von den BND-Mitarbeitern zunächst einmal, dass sie uns Aufschluss darüber geben, mit welcher Methode diese Listen erstellt worden sind, was der Anlass war. Und wir haben vor allen Dingen natürlich die Frage an einige Mitarbeiter, die auch schon mal bei uns im Ausschuss zu Gast waren, warum hat man damals bei der ersten Befragung über solche Listen uns nichts berichtet. Über die Herausgabe der Suchlisten entscheidet am Ende das Bundeskanzleramt. Ohne Genehmigung aus den USA werde es keine Veröffentlichung geben, heißt es hier. Mit einer Entscheidung rechne man innerhalb von Tagen. In Berlin ist jetzt Georg Maskolo zugeschaltet, der an den Medienrecherchen maßgeblich beteiligt ist. Herr Maskolo, eingeschränkte Zusammenarbeit mit der NSA. Ist das ein Schuldeingeständnis? Es ist jedenfalls eine heftige Reaktion. Der BND und das Bundeskanzleramt haben gemerkt, dass sie in einem großen Umfang Suchbegriffe sogenannte Selektoren der NSA eingesetzt haben in der Vergangenheit, die eben nicht nur gemeinsamen Zwecken dienen, beispielsweise der Terrorismusbekämpfung, sondern die sich, wir wissen es ja inzwischen auch, gerichtet haben gegen befreundete Regierungen, gegen die EU-Kommission, gegen den Élysée-Palast beispielsweise. Das soll sich in Zukunft nicht wiederholen. Deswegen hat die Regierung verlangt, sagt uns für jeden Selektor, jeden Suchbegriff, was da drin ist, das will die NSA nicht tun. Das hat nun zur Einschränkung der Zusammenarbeit geführt. Wie weitreichend sind denn diese jetzigen Einschränkungen? Die Internetüberwachung ist der Kern jedenfalls der Suchbegriffe in Bad Aibling. Das heißt, die Anzahl der verwendeten Suchbegriffe ist jetzt radikal zurückgegangen. Allerdings dient Bad Aibling, auch das muss man wissen, im Kern der Überwachung in Afghanistan und in Nordafrika, dem Schutz der Bundeswehr beispielsweise. Diese Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden. Und man wird jetzt sehen müssen, ob die NSA auf diesen Zwist, der da jetzt entstanden ist durch die jüngsten Enthüllungen, welche Folgen das haben wird, ob die NSA ihre Kooperation einschränken wird. Herr Maskolo, noch ganz kurz. Zusammenarbeit drastisch zurückgefahren. Hat das Auswirkungen auf unsere Sicherheit? Stichwort Terroranschläge. Also das wollen wir nicht hoffen. Aber das Problem ist natürlich, die NSA benimmt sich an jedem Tag wie ein guter Freund, indem sie uns vor Terrorismusgefahr warnt. Aber gleichzeitig betreibt sie auch nackte Spionage. Beides nebeneinander, her geht nicht. Das muss nun endlich gelöst werden. Es ist höchste Zeit. Und das war Georg Maskolo, zugeschaltet aus Berlin. Herzlichen Dank.